In LeanLab lernen die Studierenden, wie man eine Produktion optimiert. Das bedeutet, wie kann man die Kosten senken, den Output erhöhen und dabei harter zu arbeiten. Dabei sollen die Theorien direkt in die Praxis umgesetzt werden. Fehler machen ist erlaubt, Ideen haben ist gewünscht. LeanLab bedeutet Erfahrung sofort erzeugen, und zwar in der Hochschule. Abonniert Geist Webinar